Na, komm her, komm her. Ja. Hier oben hab ich auch noch schönen Höhenvorteil. Da können die mir dann alle nichts, weil die alle mit einem Schlag runterfallen. Oder auch nicht. Oh oh. Oh Gott, sind das viele. Ja, haut ruhig ab. Ich bin sowieso viel besser als ich ja. Oh Gott, jetzt kommen sie zurück. Ah, stehen bleiben, stehen bleiben, stand abbleiben, stand abbleiben. Oh 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 oh. Weg mit euch. Ja, ja, ja. Oh yeah. Wir sind gerettet. Ah, da oben ist noch ein Ding. Um es? Huh. Also dann sollen wir noch einer erzählen, dass dieses Let's Player nicht spannend ist. So. Moment. Und zum guter Letzt... Äh, was? Zu guter Letzt fluten wir das hier jetzt noch. Oh. So, ich fiel jetzt aber hier erstmal lieber raus. So. Stirb, Zombie. Stirb, 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 stirb und tot. Juhu. Oh, das hat mir, glaube ich, relativ viel Kupfer gebracht. Oh oh. Alter, da müssen die auch hier in Höhen spawnen, ey. Diese Schei... Oh oh, das kommt immer näher. Das kommt immer näher. Kommt immer näher, kommt immer näher. Huf. Ja. Na, jetzt schüttel ich jetzt ab. Da in der Welle. Und ich schüttel mir auch gleich anab, ey. Wenn ich wieder raus bin. Alter. Verpiss dich, du scheiß Auge. Ich mag keiner. Oh. So. Ey. Und, wie viele Leben hast du noch? 44. Ja, das müsste ich packen. Ich meine, ich hab selbst ja 82 Leben. Wie ich das immer weiterschlage, ne? Immer aus der Höhle raus. Wir peitschen den bösen Drachen aus unserer Höhle heraus. So, jetzt müssen wir nur zurück zum... Läuft. Ach, den hab ich gar nicht gesehen, ey. Ich übersehe hier ständig Sachen in Terraria. Entweder bist du blöd oder blind auf beiden Augen. Nein, nein. Oh, jetzt hab ich so'n Ding verschwendet. War ja nicht grad noch Slime. Ah, da ist er doch. Den übersie ich diesmal nicht. Not today. So. Nächste Fackel. Juhu. So. So. Jetzt raus hier nur noch. Einfach nur schnell hier raus. Puh. Ah, und es wird auch langsam wieder hell. Hm. Bis dir solche Sachen pissen an. So. Ja, dann fäll' ich ja grad noch nen Baum. Ich werd ja beinahe dazu gezwungen. So, eine, zwei... Ach, komm. Dass man nicht auch langsam mit anderen Items abbauen kann, wie... So ein bisschen wie das bei Minecraft ist. Find ich persönlich besser. So, hier fäll' ich noch mal nen Baum. Weil ein bisschen Holz kann ich auch gebrauchen. So. Alles weg. Dann hier kurz hochbauen. So. Und schon haben wir es geschafft. Hä, hä. Juhu. Warte, die fliegende Insel hier machen wir auch mal weg. Oder sollten wir vielleicht wirklich erst nach Hause gehen? Ja, dann gehen wir jetzt erstmal lieber nach Hause. Safety first. Wobei es ja eigentlich heißt, no risk no fun. Aber ich geh' lieber mal... ...den sicheren Weg. Den sicheren... ...eigeneren Weg. Ja, unser Haus. Endlich. Nach all den Jahren. Tänz, tänz, tänz. Die Frage ist, wo bauen wir unseren Keller rein? Also, nicht unseren Keller, sondern... ...wo bauen wir unsere schönen Kisten rein? Hm. Ich glaub, eine... ...setzt sich jetzt mal hier oben hin. So. Äh, achso. Ich dachte gerade, ich hätte noch eine zweite Kiste. Also, noch eine zweite normale Kiste. So. In die goldene Kiste kommen coole Sachen, wie Statuen zum Beispiel, oder, ähm, Shine Potion. Goldfisch. Äh, ne, geht nicht unbedingt. Was habe ich denn noch so wertvolles? Mushroom? Nein, nein. Schwert? Auch nicht. Ja, okay, das ist sowieso ein Crab-Eathen. Das kann ich auch mal wegschmeißen eigentlich. Äh, das... Granaten? Habe ich noch niemals in Aktion erlebt, aber ich glaube, die werden relativ cool. Swiftness. Äh, Copper Bar. Ja, komm, komm auch da rein. Die Dinger auch. Die sowieso. Blank Wall? Nee, nee, nee. Da, die Bomben auch. Also, da kommen so die ganzen wertvollen Sachen rein. Oder von Sachen, von denen ich denke, dass sie wertvoll sind. Ähm, looks tasty. So, und hier kommen jetzt die ganzen anderen Objekte rein, die ich nicht so wirklich brauche. Ja, oder... Ja, oder eben halt so Standardobjekte, ne? So wie Gel oder Holz oder irgendwie sowas. Soll ja hier auch alles schön geordnet sein. Ja, zumindestens zu halbwegs. So, was ist denn jetzt unsere nächste Mission? Hm. Äh. Kisten habe ich. Genau. Ich baue jetzt erstmal ein bisschen Bäume ab. Wobei erstmal gucke ich noch, ob ich mir Eisenwerkzeuge machen kann. So, was bräuchte ich denn alles für... Ach, komm. Woodcrafting? Das ist vielleicht ganz... Ähm, ich will nur gucken. Genau. Da. Landpost. Chest. Was habe ich mir? Zwei Eisen und acht Holz. Oh, das ist ja voll praktisch. Barrel can be placed used for advanced woodcrafting. Okay. Iron Anvil can be placed used to craft items. Echt? Ja, das brauche ich noch. Hey! Mein Eisen! So, genau. Hier kann ich mir das mal so ein Ding craften. So, kann sie mir noch was verraten? Mein lieber Brian. Das Leben des Brines. Ist nicht gerade einfach. Was können denn noch? Empty Bucket, Trash Can. Oh, Trash Can wäre bestimmt auch noch ganz gut. Bath tub can be placed. Toilet, Cooking Port. Iron Pickaxe. Oh, das braucht aber zwölf Eisen. Das haut schon ganz schön rein. Iron Axe. Ah, all die ganzen Eisenwerkzeuge. Dann... Ich weiß nicht, wo der große Unterschied besteht. Also, so ein bisschen in Feinheiten, aber... Iron Bow. Iron Hamlet. Ach, da 20 Stück. Iron Chain Male. Ja, Chain Male. Iron Greaves. Hey, bis vor der Griefer. Iron Chain. Flamethrower. Krass. Ach, das ist so eine Armbrust. Geil. Ja, oder... Ja, eigentlich mehr Flammenwerfern, ne? Aber es sieht aus wie eine Armbrust. Inlet Pump. Can be placed. Sends Water to Outlet Pump. Okay. One Second Timer. Three Second Timer. Five Second... Es sind wohl so Redstone Sachen anscheinend. Mechanical Eye. Okay. Mechanical Warm. Mechanical Skull. Cool. Was ist hier noch... Ach. Was ist hier noch alles so gibt? Das denkt man ja gar nicht alles. Ne, Moment. Habe ich denn hier noch irgendwelche... Kupfer vorkommen. Ja, Kopper und... Ich glaube, das war es auch schon. Das kann ich mir ja mal... Ähm... Hier. Ich möchte mir gerne da, genau. Oh. Manu. Egal, zwölf Stück. Das sollte fürs Erste reichen. Das tue ich mal da rein. Ähm... Genau, ich schnappe mir jetzt noch ein bisschen Holz. Oh. Die Hasen sind erst mal schön gestorben da. Iron Bow. Ne, erstmal will ich was aus dem Kupfer machen. Hm. Also weiter hoch scrollen. Was habe ich denn noch nicht aus Kupfer? Da. Kopper. Broad Sword. Acht Damage. Das hier macht sieben. Das wurden... Ist jetzt nicht so der große Unterschied. Ich glaube, das lasse ich erstmal. Ähm... Light Copper. Pickaxe. Okay. Very fast speed. Okay. Und wie sieht's hier bei der Spitzsacke aus? Ne, das sieht ziemlich gleich aus. Kopper X. Wooden Hammer. Da kann ich mir mal einen neuen machen. Wooden Hammer. Ne, ich will mir doch hier Dingsbumshammer machen. Genau, hier. Kopper Hammer. Ja, 35. Genau. It's Hammer Time. Mit Hämatoben. So, das kommt da rein. Die Frage ist jetzt, was mache ich mir jetzt aus dem Eisen, was ich habe. Hm. Amboss habe ich schon. Das habe ich auch. Ich auch, auch, auch. Wo sind die ganzen Eisensachen? Die sind ja eher hier unten, genau. Ey, hoch scrollen. Ich glaube, ich mache mir einfach eine Spitzsacke. Hatte... 35% Pickaxe Power. 40%. Ja, kommen die 5% dafür lohnt es sich. Iron Chain. Oh, jetzt habe ich einen hoch 5, ne? Hm. Ich glaube, ich mache mir nochmal so ein Ding. Hier, ich mache mir eine fette Kette, Junge. Voll die fette Goldkette, Junge. So. Da tue ich mal das rein. Ähm. Genau, und in die sinnlose Kiste, oder... Ja, nicht die wertvolle Kiste, tue ich mal das rein. Die beiden Sachen tue ich mal noch in die wertvolle Kiste. Ich glaube, das Geld tue ich da mal auch lieber rein. Ich meine, das muss ich ja nicht mitnehmen, wenn ich irgendwo hingehe. Hä? Copper Coin. Ach, Gold ist das. Ich liebe Gold.